so und sollte der letzte part weiter bei pokemon mmo 3d also schicke raus natürlich wir haben gerade ja im letzten part aus mirabler gefangen glaube ich auch der stern-dobald ist ja genau müsste es eigentlich gebeten sein leute neues pokémon selbst gut gehen wir mal das wirst du noch fenster genau das noch fenster ich hoffe wir können es aufschlagen nicht schlecht kollege das hast du ruck zuck zusammengezogen ist ja unglaublich so will ich das auch sehen schicke so will ich das auch erleben und sind vernünftig aber richtig vernünftig wir fahren let's say ok schicke erneut wieder raus oh ja mein ich will es doch nicht im ernst hier so zack war meine energie so ja da ist doch die kleine starke Oh, wieder Level gestiegen. Yeeey, Level 11. Wieder ein Kno... Warte mal, kurz mal gucken. Attacke, ich war 24. Und jetzt schlagen wir mal das Knopfhänder. Wir sind mal gespannt, ob das auch Plexig war. Was gerade nachgegibt. So, erledigt und... Yo, Knopfhänder erhöht auf die Attacke. Perfekt, Plex. Yeeey. Das ist ein Torsi, ne? Ja. Oh, ich fängst, wenn ich Torsi schlagen. Oh, Torsi. Ah. Das ist das. Noch wieder Torsi. Ja, der hat ja schon nach draußen. Wir gehen mal da oben hin. Genau, weil es dort nämlich hier... Wenn wir dann auch Saugen gehen wollen, dass wollen wir ja auch haben. Höhöhöhöh! Wahnsinn, Corona, oder was? Oder wisst ihr was, es gibt noch woanders drauf, wieder kommen wir nämlich gleich auch rein. Wir kommen gleich jetzt noch an einer Stelle, wo es noch mehr neue Pokémon-Sons gibt. Yey. Alter, was ist das mit dem... Oh, boah. Nur kurz mal gucken. 1.285 Dollar. Naja, na gut. Boah, jetzt gehen wir mal hier rein. Hier gibt es auch richtig gute Pokémon-Sons, gute Leveln, der Atacke und alles. Und HP auch. Wieder Knopf Hensi. Ja Allah, perfekt, wir können Fendi, können wir ja schön Atacke leveln. Oh, da kann ich den Mitzwein-Telkamp-Ara haben. Ja komm, hau drauf, Pikachu. Ja, Shiggy, meine ich. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Männer. Männer. Oh, hey. Ist das jetzt dein Ernst? Komm, komm, und Tach. Oh, geht doch. Aber guck mal. Einmal kurz zurück. Mal gespannt. Oh, oh. Perfekt, Shiggy hat er zugelernt. Yeah. So, aber warte. Tackle nach da. Struggle dahin. Und Terror. Yeah, yeah. Jawoll. Shiggy hat mir schon bessere Attacken zugelernt. Ja, geil, Lobmata. Jetzt ist es nur noch besser. Boah. Boah. Jetzt knallst. Jetzt knallst aber richtig. Jetzt ist es vorbei. Also, das ist jetzt wirklich ein angenehmes Spiel. Jetzt wird es angenehmer. Ja. Das ist schon ein, 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 ein Shiny. Ja. Boah, Tachke muss noch viel höher sein. Aber eigentlich will ich ja gar nicht die Tachke von Shiggy hochhauen, sondern? Pikachu, Pikachu oder Tachke? Pikachu und Golda. Vorher zu drauf, wenn wir auch hier einen Weiterblick auf den Enten haben wollen. Also, das ist so der Hammer, Leute. Wenn es wieder so weit ist. Wehe doch ankehren noch mal. Ja, ja, komm, ich komm. Oh, hau doch den Zeugbuch noch mal zusammen. Umso besser. Hurra. Spiro. Ja, neues Pokémon für uns. Große in der Folge. Da ist er. Ja, ja. Komm, komm, ja. Voll Shiggy. Neues Pokémon für uns. Ja. Wo ist denn das? Wo ist es denn jetzt? Ach da. Passt nicht gesehen. Und. Fuck. Fuck. Yeah. Oh. Oho! Noch 1? Oha! Geil! Komm, Shiggy! Das schlägst du auch eben wieder! Denn das gibt dir ja auch einfach zu Power! So! So! Perfekt! Oho! 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 Aber das! Jee! Hervorragend! Was ich auch alles brauche! Nein! Spiro! Im Ernst jetzt? Ja! Das ist ja mega perfekt! Wo? Wo ist das denn? Ach da! Jee! So! 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 Ich müsste es, ne? Ne doch nicht, ne? Aber die Attacke ist immer stärker! Aber die Special Attacke noch nicht! Okay, dafür müssen wir halt Entons beziehen! Ach! Na wo denn? Ach, da vorne! Da! Da! Das ist ja nichts ja! Das ist aber kein Shiny, oder? Ich weiß nicht! Nein, das ist kein Shiny! Ne! Nee! No! Ist kein Shiny! Normaler! Neu Spiro! Yeah! Der Speed geht immer weiter hoch, ah und Special Attacker auch ein bisschen, jawoll! Neues Pokémon für uns, meine Damen und Herren! Endlich, Raufi! Ja und Ladies! Juhu! So, das heißt in diesem Part Spearow und Raufi! Okay, jetzt bin ich wieder raus! Ach, das heißt Spearow, ich sehe schon, yeah! Mega Rest, Mega Rest, Mega Rest! Kaffee, wir hauen jetzt die Schüße ab! So, zack! Noch eins, ich werde wahnsinnig, ja wie mega ist das denn jetzt? Danke! Haha! Nettikos, echt Nettikos! Wir sind wieder Levergeschichte, ja mega! Keine Ahnung, ich alleine will leisten! Wie gilt es euch das denn, wenn ich nicht leisten? Ich bin nämlich schlecht für die Gesundheit voran, ne? Weil, wenn ich schneide, wenn ich schneide, dann haue ich zu und so und so und... Hahaha! Oh Mann, ey! Ganz Ball im Ernst, Leute, ne? Also... Haha! So, jetzt gehen wir mal ein bisschen noch... Jetzt gehen wir mal ein bisschen noch einen neuen Punkt rum und schauen, dann müssen wir mal in die Richtung gehen! ... Schigilando Wenn ich jetzt hier noch das Lomanda Oh, wenn... Oh Ich sag's euch, das wird noch vergeilern Wenn ich hier die Tatsikache will ich hier noch das Lomanda Weil ich hier, auf der Seite will ich auch noch das Lomanda eigentlich aufzeigen Und wie ihr seht, ne Jetzt bin ich unter meinen richtigen Namen hier wieder Brex S.R. Juuu You did it 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 Oh, die sind es gleich So You do it You did it You did it You did it Ich will jetzt einschränken, ey. Also, das Eines, was ich momentan die ganze Zeit unterliegt, ist die Stände. Geil, geil. Ah, jetzt bin ich noch Ventanhälte empfangen. Die Giraffe da. Dann werde ich ja alles schon... ...durch erst noch nachkontrollieren müssen. Die Giraffe ist ein Dementsprechend, ne? Äh, ja. Ne? Oh, Mirabda. Aber perfekt. Mirabda, guck die Attacke steigern aus. Ich zeig dir. Das brauchen wir, ja, komm her du Mirabda. So, die hauen jetzt die Bolson runter. Komm, komm, komm. Gib zurück. Dabad, dabei. Oh, genau. Was ist noch? Achso. So, jetzt geh ich noch... Oh, noch eine Eiee! Jetzt geh ich wieder nach, aber hier... ...bald auch noch andere Puckers auch nicht haben. Klack, 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 klack. Hey. geht doch mit aber was das ist aber nur hab da ach stimmt nur hab da aber ja die special attack ne ach so aber auch schon ist perfekt aber auch ja 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 radikal nicht radikal soweit ihr weiß werde ich glaube ich schon zu Training 1 gehen aber das werden wir noch nicht tun das werden wir noch nicht bereiten ja 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 nicht ja schau dos ja und ja 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 ich will ja nein ich will ich will jetzt Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Hier ist doch irgendwo... Oh nein, da ist es ja... Ach, ne... Hau doch! Hau doch! Hau doch, du Storstich! Okay, hier schon mal irgendwie nichts dass wir langsam zur Exploration 1 kommen Genau Da gehen wir aber noch nicht, weil da haben wir überhaupt noch Ver... Ah ja, genau Richtig, so weiter, genau Genau Die Richtung ist Peloton und D2 für Exploration 1 Wir müssen aber auch in die Richtung Das habe ich ja schon, genau Ullander, ich bin erledigt worden Ja, na gut, dann würde ich sagen M und erstmal zurück nach Peloton, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann Oh! Ist ja voll nicht euer Ernst jetzt Zack, TP-Center Und natürlich erstmal Zack, heilen So, wir sind jetzt Nein, wir müssen noch ein bisschen steigen Scheiße Da können wir den Broker leider nicht benutzen Leider Nein, das ist kein Schei Warum ist das? Es sieht immer so hell aus auf Ani Mensch Okay, zack, wieder Shiggy abgeht Und wir hoffen, dass es vielleicht jetzt hier Pikachu abgeht Das wäre cool, aber Ich finde das wahrscheinlich dann ein Adamant sein wird, ne? Ja Leute, folgendes Ja Leute, folgendes Mal ganz kurz, was ich meine Hier steht die Natur Hadi zum Beispiel ist neutral Ist eine neutrale Natur Das heißt, wir können ja alles Einfach skillen, wie ich verstehe Und wird alles passend stark sein Ja, also Hadi und zum Beispiel Na, wie heißt es denn auch? Serious oder sowas Ist neutral Das heißt, das hier Ist von der Natur her neutral Das ist sogar sehr gut Cool Und das ist sehr gut Hat es noch was dazugelernt, eventuell? N-Nein Na gut, würde ich sagen Weiter geht's Ich höre das Lücken Jetzt haucht hier noch ein Pikachu auf Zum Schluss des Parts Das wäre der Hammer Das wäre sogar wirklich der Hammer im Ehrlichsten sein Aber na gut Nein Ja, ich weiß Da kannst du es nicht lang Du bist zu faul für alles Charakter Den ich spiele, ey Mann, na Mann Was kannst du eigentlich überhaupt Wenn du nichts kannst? Hä? Komm her Komm her Ich habe die Fälle Wut Ich muss hauen Jiggy, du willst schon so viel steuern Ah ja, gut Die Attacke muss immer noch ein bisschen weiter Ich habe ja Was war jetzt das? Wieso? Hä? Dann das ist ja merkwürdig Ha So Ich dachte Jetzt glaube ich mal hier oben lang Ne, das braucht jetzt nicht Gut, ich glaube ich mal wieder hier lang Gut Für den Rest des Parts glaube ich mal hier so ein bisschen hinher Und vielleicht haben wir Glück und Ne Vielleicht sporten auch das Pikachu Und wir kriegen gleich das Pikachu Aber jeder, wir müssen gucken welche Natur es ist, ne Weil diesmal soll es ja die richtige Natur sein Ne, Leute? Genau Lala Du, 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 du Das ist ja immer noch da, das Fassfass Zack Boom Zack Boom Enter Yyyyye da 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 aa So, wir müssen hier lang, na gut, will ich sagen, der Palt ist auch schon vorbei, ich hau diese zwei Radpast mal eben noch zusammen, was soll denn da schon wieder? Oh, ich bin auch schon wieder gestiegen, oh ein schönes Ende, ist okay. Oh, leider, naja, ne. Die Geschwindigkeit ist über 160, der Speedlevels sich hoch, weil andere, ey, das ist ja wohl nicht zu fassen. Okay, jetzt geht es mal weiter, und, 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 okay Schicki. Energie noch darein,��, das wachte wohl heute, ich hm? Na gut, kommt zurück Ja Leute, das war es dann für heute auch wirklich Mit Pokémon in der O3D Jetzt habe ich heute, ja, vier Parts direkt gemacht Und dann ab morgen, wie gesagt Beziehungsweise wenn ihr das ja Ähm, weiter heute ist was Und heute ist, genau, weiter der 18. Also dann Samstag, heute Samstag Wenn ihr das geschickt ist, dann schaut Oder schon ein paar der Parts davon, die ich jetzt gemacht habe Ähm, ne Also heute, dann Leute, ne Gibt es immer, jeden Tag Eine weitere Folge, ne Und wie gesagt, ihr werdet auch zusehen, dass ich die Folge Auch richtig vernünftig benenne und irgendwas weiß ich Wie ich das am ersten Mal gemacht habe, ne Ja, und ich will auch einen Tipp beherzigen Den mir Sam gegeben hat, ne Wie ich das machen kann, dass meine Videos Zu Pokémon immer so viel besser gelistet werden Und ja Ansonsten Leute, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal Bye